Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zu GeoGebra. Wir schauen uns diesmal an, wie man Stichprobenmittelwerte berechnen kann, und zwar mit Hilfe der T-Schätzung oder der T-Verteilung. Wann wenden wir die an? Immer dann, wenn die Standardabweichung Sigma nicht gegeben ist, von der Grundgesamtheit, sondern nur die Stichprobenstandardabweichung S gegeben ist. Immer genau dann müssen wir mit der T-Verteilung sozusagen das Konfidenzintervall für die Stichprobenmittelwerte berechnen. Die Frage ist jetzt, wie geht das mit GeoGebra? Die Antwort dazu ist sehr, sehr simpel. Es geht sehr einfach, nämlich wir gehen hier in den Wahrscheinlichkeitsrechner rein. Das heißt, wir können hier im Wahrscheinlichkeitsrechner, gibt es einen Reiter namens Statistik, und in diesem Reiter brauchen wir dann nur noch auswählen, nämlich die T-Schätzung eines Mittelwerts, und dort lässt sich dann eben so ein Konfidenzintervall berechnen. Was ihr hier oben gleich eingeben könnt, ist einmal das Konfidenzniveau. Das ist in der Regel bei 95 Prozent, deshalb ist das standardmäßig auch eingestellt, aber ihr könnt das natürlich dann auch entsprechend abändern. Gehen wir es an, wir haben hier einen Mittelwert, sagen wir, unser Mittelwert ist 15, sagen wir, unsere Standardabweichung 0,5, also die Stichprobenstandardabweichung, und dann haben wir hier noch die Stichprobengröße sozusagen. Von mir aus haben wir hier 20 Werte überprüft. Ihr müsst hier nicht die 1 abziehen, so wie es für die Freiheitsgrade eigentlich notwendig ist, sondern das erledigt GeoGebra für euch. Das heißt, ihr könnt hier direkt die Stichprobengröße eingeben, und dann erhaltet ihr hier direkt das Konfidenzintervall, in unserem Fall jetzt auf 14,77 gerundet oder 7,66 gerundet, und hier 15,234. Das wäre jetzt in unserem Fall eben das Konfidenzintervall für die Mittelwerte mit Hilfe einer T-Verteilung berechnet. Das war es auch schon wieder. GeoGebra macht es relativ simpel für uns, dass wir eben hier ein Konfidenzintervall berechnen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in einem der anderen Videos wiedersehen.